Heute Abend sind wir zusammengekommen, um zehn Jahre DSO und Bertelsmann miteinander zu feiern. Ich fand es war ein unglaublich charmanter Abend, auch mit einem sehr abwechslungsreichen Programm. Das Besondere ist, glaube ich, dass dies ein sehr persönlicher, ein sehr warmherziger und ein sehr freundschaftlicher Abend ist. Ich bin ein großer Förderer und Fan des Deutschen Symonieorchesters und sie jetzt hier in diesem Ambiente zu erleben, in ihrer Heimat und dass Bertelsmann seit zehn Jahren dieses Orchester unterstützt, einfach sensationell. Untertitelung des ZDF, 2020